hallo ihr lieben so hier kommt der zweite teil ich habe auch hier von der firma raya so ein set ihr seht schon das soll so ein holzsternchen werden ich muss sagen ich habe mich tatsächlich auch hier nicht so glücklich angestellt die anleitung war mehr als dürftig ich habe dort war zwar dieser kranz zu sehen aber letztendlich war nicht wirklich zu erkennen wie es jetzt ausschauen soll und wie es am besten hinbekomme ich habe es tatsache für mich jetzt so nicht hinbekommen ich war so ein traurig drüber ich sollten ursprünglich auch zwei so eine holzsternchen werden ich habe nach dem ersten aufgegeben das war tatsache für mich leicht frustrierend aber es ist okay letztendlich also man muss ja nicht alles können und deswegen ich glaube es gibt welche die können unheimlich gut so was mit einfädeln und gucken und ich kann es tatsache nicht das habe ich jetzt für mich gelernt und es ist wie sie gesagt vollkommen in ordnung mein frust hat jetzt auch sehr nachgelassen wieder und kann damit jetzt gut umgehen ich werde die perlen die ich nicht verwendet habe bzw ich werde auch das andere wieder aufmachen werde ich selbstverständlich nicht wegschmeißen ich werde damit bestimmt noch mal anders irgendwas machen und es war allerdings muss ich sagen die perlen waren mit dabei es war wie gesagt nicht ganz so gut zu erkennen welche größe der perlen man jetzt nehmen sollte weil ich drei verschiedene größen perlen hatte ich habe es nach der anleitung gemacht so wie ich sie jetzt verstanden habe aber letztendlich ist es halt eben nicht so geworden wie es wollte es war halt auch nicht so stabil wie es wollte und genau aber wie gesagt sonst war eigentlich alles mit dabei was was man dafür brauchte das war das war so ein draht mit dabei es waren die mummeln mit dabei die auch wirklich schön verarbeitet waren und dadurch weiß ich jetzt nicht woran es also es kann für mich jetzt einfach nur an der anleitung liegen wie gesagt ich bin halt jemand der braucht schon eine schöne anleitung und tue mich halt sehr schwer wenn ich nicht das gefühl habe ich weiß gerade was ich da tue ich hoffe ungefähr ihr wisst was ich meine das ist natürlich für mich persönlich sehr sehr schade weil ich mich auch da sehr gefreut habe ähnlich wie bei den elchen und aber das ist auch vollkommen okay wie gesagt ich zeig euch dass ich halt da tatsache für mich persönlich habe ich versucht alles zu geben und da halt auch das echt schön zu machen und aber wie gesagt die mummeln werde ich nicht wegschmeißen ich werde sie bestimmt anderweitig auch sehr gerne benutzen und das ist jetzt also mein zweites set was ich gemacht habe keine sorge es sind nicht nur für mich fehlt es jetzt mit dabei sondern ich habe tatsache auch noch zwei sets die sehr schön finde auch wenn ich bei dem ein set glaube ich es hätte noch mal anders lösen können aber für mich selber halt dann relativ schwierig aber da komme ich dann noch mal darauf zurück das werde ich euch dann auch noch zeigen wie gesagt ich mache hier eine weihnachts session jetzt nur für euch damit ihr die set seht wie ihr euch gerne beschäftigen könnt ich glaube schon auch dass diese holz perlen ringe sterne bestimmt auch was für kinder ist weil das sich wirklich ganz gut gemacht hat klar sollte geschaut werden dass die kinder schon ein bisschen älter sind damit sind sich die kleinen mummeln nicht irgendwo hinstecken in die nase oder in den mund oder wie auch immer dementsprechend schaut da so ein bisschen hin und ansonsten wie gesagt reier ist eigentlich die haben unheimlich viele sets auch zum ausprobieren und sehr schöne sets auch und sind vom kundenservice her sehr ganz toll und auch vom liefern geht es immer sehr sehr schnell also falls da jetzt wirklich jemand für weihnachten jetzt noch was braucht darf da gerne sich melden und bestellen weil dort geht es relativ fix ich verdiene an den sets gar nichts ich habe alles selber bezahlt nur so falls da irgendwie was kommen sollte ich habe davon nichts ich mache es tatsache für mich selber ich versuche da für mich so ein paar sachen zu bekommen auszuprobieren unterschiedliche techniken auch kennenzulernen und dementsprechend ja ihr seht schon mein sternchen sieht nicht nach sternchen so richtig aus ich finde es ein bisschen schade aber was soll's ja falls euch das so ein bisschen gefallen hat ich konnte euch jetzt wie gesagt da ich selber nicht wusste was ich tue nicht so richtig zeigen was ich mache also dementsprechend hoffe ich aber dass euch das video vielleicht trotzdem gefallen hat und lasst mir gerne ein däumchen nach oben da ein abo oder feedback oder was auch immer ihr euch gerne mir mitteilen wollt ich freue mich über jegliches feedback auch wenn es mal negativ ist weil auch nur aus negativen feedback lernt man dazu und kann bestimmte dinge einfach anders machen ich habe es jetzt hier so ein bisschen noch mal vernäht habe versucht das ganze ein bisschen straffer zu ziehen damit ich halt mit es vielleicht doch noch eine gewisse stabilität hat was aber leider nicht so richtig funktioniert hat ich habe es dann noch mal versucht mit dem drehen dass ich halt die einzelnen sternchen halt drehe aber so richtig wie gesagt ihr seht es ist kein sternchen leider nicht was aber auch hier mal schauen ich habe es aktuell noch so gelassen aber ich glaube so ganz ist es einfach nichts ich werde jetzt einfach dann wieder aufmachen und die moment woanders hinpacken dementsprechend hoffe ich dass ihr noch einen schönen tag habt und bis bald tschüss 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 Vielen Dank.